Wie viele Schalter brauchte man? Drei. Ach Gott, ich habe noch keinen. Ah, vorbei. Nee, das ist nur ein Ghost-Tier, leck mich. Dafür überspringen. Ich bin ein Kloppen. Willst du unbedingt noch mehr Punkte sammeln? Ich habe schon zwei Kisten gefunden, da waren nur Ghost-Tiers drin. Ich habe jetzt auch nur Ghost-Tier und was anderes gefunden. Was anderes? Aha. Oh, ich habe einen Leather. Jawohl, da haben wir zwei. Nächstes Stück an. Shit. Ja, ich habe meistens auch so mega uncool. Shit! Ist einfach nichts spannendes dran, auch nichts zum Zugucken meiner Meinung nach. Nee, nee, genau. Von mir aus können wir wirklich überspringen, by the way. Ja, also keiner kriegt einen Punkt. Ja, wenn alle zustimmen, kriegt keiner Punkte. Von mir aus können wir überspringen. Ich habe da wenig Bock drauf. Na komm, dann. Dann lass mal den Ausgang suchen. Ich bin beim Ausgang, teleporte dich einfach zu mir. Betten! Betten! Also wir überziehen ja sogar noch ein bisschen. Wir hören ja gar nicht in neun Minuten auf, wa? Nee, nee. Letztes Mal haben wir auch um 16 Uhr aufgehört. Punkt. Ja, aber wir haben jetzt um 20 Uhr nach angefangen. Ja, das mag sein, aber wir haben letztes Mal schon mal um Punkt aufgehört. Ja, trotzdem. Ja, aber es sind nur noch drei Minuten. Nee, nee, nix trotzdem. Also wenn wir, wir fangen jetzt nicht an die Sachen... Du hast den Punkt doch schon. Ja, ist doch egal, aber ich könnte... Die Aufnahmezeit, die Aufnahme... ...wenn ich mich bewahren. What the fuck? Ja, wie what the fuck? Ich... Du hast das damals angefangen. Da kann ich mich erst halt nicht mal mehr dran erinnern. Ja, da kann ich mich erst halt nicht mal mehr dran erinnern. Ja, da kann ich mich aber noch ziemlich gut dran erinnern. Weiß nicht. Wie lass ich da noch dran erinnern? Das müsst ihr auch abheißen. Leider kann ich mich nicht daran erinnern. Ich weiß dann noch. Deckbond. Ah! Lol, da weiß ich nicht so schnell. Fuck. Lol. Alter. Checkpoint. Du bist dran, Hardy. Erster Versuch. Versuch Nummer eins. Wie darfst du eigentlich schon? Schon wieder eine neun? Neun Punkte hat er, glaube ich, bisher. Oh, Gott. Nee, nee. Einen hat der schon. Nee, ich mach da doch keinen. Nein. Er war nur sehr kurz sofort. Neun Punkte hat er, glaube ich, bisher. Oh Gott. Er war nur sehr kurz sofort. Versuch Nummer zwei. Oh Gott. Ne, ne. Ich bin zu schnell. Das ist voll simpel, Hardy. Versuch Nummer drei. Erst da. Vier, vier Stück in einer Aufnahmechallenge. Ja, das kann schon mal vorkommen. Ja, das kann schon mal vorkommen, oder? Das ist nicht dein Tag, Mann. Oh Gott. Er war voll dran vorbei. Motherfucker. Ach komm. Scheiße. Komm, ich helf euch mal da hoch. Oh, das war aber nett. Dankeschön. Oh, ich hab Arti zu weit geschlagen, sorry. LOL. LOL. Ah, danke, Bram. What the fuck? Ich bin gerade zu dumm für den ersten Sprung. Der ist aber hart. Ja, mega hart. Leck mich am Arsch. Boah, hart wie mein Himmel gerade. Dankeschön. Miteschön. Ach, wie bitte. Wie bitte? Wie bitte? Wie bitte, Junge, ey. Ja, ja, das reicht schon. Ja, dann fick dich doch einfach. Sorry, dass ich dir helfen wollte. Oh, da hab ich einen Satz nach hinten gemacht. Das war, das sollte man nicht tun. Bei einer Challenge die... Lecke. Läupt! Ach, das ist doch Buggy hier. Checkpoint. Checkpoint. Wow. Boah, das ist so unfair, wie das dann immer alle machen. Das ist der Hammer. Wie sich Hardy gerade... Wie Hardy noch hofft, weißt du? Aber nein, du bist einfach das Schlechteste mit Abstand heute. Ja, das ist wohl wahr. Ja, komm. Go, go, ab nach oben. Dankeschön. Boah, ich hab's geschafft. Checkpoint. Hopp, 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 hopp. Ja, Checkpoint. Ja, die macht das auch. LOL! Wo kommt der denn her? Der ist doch nicht voll assi. Alter. Das war die extrem schnell, ey. LOL! Der war noch nicht... Doch, da gab's den Checkpoint. Boah, jetzt hab's dann aber ganz schön hoch schwimmen, ey. Voll assi. Oh, cool, das ist ne Truhe. Oh. Erstmal raushauen. Alter, wie lange das dauert. Boah, Alter. Danke, Hardy. Nee. Ey, das dauert aber echt übertrieben lange. Fuck. Ja, ne, das war nicht so geil. Entschuldigung, das war nicht meine Intention. Nein, 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 nein. Ja, 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 jetzt aber wieder. Jetzt. Nein, nein, nein. Oh, verdammte Scheiße. Oh, Mann. Das macht er doch mit der Absicht. Nein, das ist... Ey, Hardy jetzt nicht. Warte. Nein, Hardy jetzt nicht. Nein, okay. Warte. Okay. Jetzt. Jetzt ist gut. Danke. Das kann nicht wahr sein. Was ist denn das für Bullshit? Ist irgendwie ganz cool gemacht, aber irgendwie auch scheiße, weil der Checkpoint so weit weg ist. Sollen wir da nochmal eine Leiter abstellen? Ja, Leiter wäre ich auch für... Oh, Leute, Leute! Ja, du dich trotzdem weiter hinschwimmen. Ja, geschafft. Geschafft meine kleinen Schnittchen. Ich hab echt einen Tipp für euch. In dem Moment, wo ihr drückt, springt direkt los und springt einfach durch. Okay. Gar nicht warten. Wirklich, die ganze Zeit nach vorne. STRG, W und Leertaste Spam. Das hat bei mir genauso funktioniert. Ich hab das einmal so probiert und das hat einmal so geklappt. Okay, ne, dann bin ich zu schnell für dann. Ja, ich bin auch die ganze Zeit zu schnell. Boah, was ein mieser Fick-Checkpoint. Bram, du bist doch gerade im Game-Mode. Mach doch mal den Checkpoint einmal irgendwie cool. Okidoki. Das kann nicht wahr sein. Fast. Oh ja, das ist eindeutig angenehmer. Sehr viel angenehmer. Lol, ach komm. Ja, ach komm, da saßt du was. Oh, noch Motoren. So. So, ich warte hinten auf euch. Kommt zu mir. Meine kleinen Schätzchen. Jawohl, Peter. Nice, Peter hat's geschafft. Der unten ist nämlich Brett. Woooo. Ey, wie immer zu schnell. Versuch Nummer eins. Versuch Nummer eins. Wie geht bei Harl jetzt? Richtig, der hat sich noch zwei. Immerhin. Wenn du immer zu schnell bist, was wäre denn nochmal eine gute Idee? Okay. Warten, ja. Ist ganz klar. Wie lange kann ich denn warten? Bring erst los, wenn der erste draußen ist. Ja, das macht Sinn. Okay, noch ein Stückchen länger warten. Versuch Nummer zwei. Komm schon, Hadi. Einen Punkt fängst du denn noch, oder? Stimmt. Ach, schade. An dem Ding, wo ich meine Enderperle benutzt habe. Wenn Hadi da noch einen hätte, hätte er jetzt den dritten. Fuck, ey. Ich ärgere mich gerade ein bisschen. Tja. Der hätte sechs. Zwei Loop-Fotos oder was? Ja, keine Ahnung. Einmal mit roten, einmal mit schwarz draufschreiben oder so. Zwei verschiedene Fotos machen. Ne, jetzt noch nicht. Oh, nö. Das war zu lange gewartet. Ne, das war nicht zu lange gewartet. Ich bin nur gegen die Wand gekommen oder gegen irgendwas. Ach so. Ah, okay. Vollkommene Stille. Ne, das wäre zu schnell gewesen. Oh, jetzt ziert er sich. Ja. Komm, Hadi hat Punkt mehr oder weniger. Ey, komm. Jawohl. Fünf Stück in einem Regell. Das kann man mal machen. Alter, ist das schlecht. Komm, auf einen Versuch, Marino. Ach, scheiß doch die Wand dann. Das ist doch Mist. Tipp, an den Winden kann man höher springen. Ah, Gott, ist das schlecht, ey. Wir betten. Betten. Eins. Wo ist die... Boah, Toggle Knight, komm schon. Oh Gott, jetzt kommen Hardys Lieblingssachen. Loll, jetzt kommt Wasser. Ist ja geil. Boah. Ja, gut, dass wir aufhören. Habe ich ja nochmal Glück gehabt, wa? Ach, das ist nicht schwer. Bin sofort schon durch. Ich bin voll nuwig gerade. Okay, doch nicht durch. Ach komm, einen Versuch mach ich noch. Hey. Du hast Rusht Hardys da gerade durch, oder was? Ja, könnte sein. Kliniert. Jedenfalls. Ooooooh, da habe ich es nicht geschafft. Ja, das ist natürlich nicht. Na komm, einen geht noch. Scheiße, ich auch nicht. Ah, fuck. Ihr müsst sagen, wie spät es ist, weil ich habe keine Uhr hier gerade. 16 Uhr 1. Ah, okay. Ist ja egal, ich habe Zeit. Johnny macht Shadow of Mordor. Johnny macht Shadow of Mordor? Jay? Ja. Okay. Ja, wo habe ich jetzt Zeit? Wie ist das denn jetzt passiert? Der hat halt ein WhatsApp gefragt, ob ich das jetzt einfach quasi entschieden hätte, dass ich das mache. Ach so, leid. Und dann habe ich gesagt, wenn du heute noch eine Folge rauskriegst, kann er das von mir aus auch machen. Ich spiele das auch privat gerne. Also zumindest würde ich es privat gerne mal anzauern. Fuck, ey. Oh, die Stelle ist aber fies. Die um die Ecke. Ja, komm, das ist jetzt mein Last Try. Ich will nämlich jetzt auch einen Tag essen. Ich habe noch gar nichts gegessen. Doch, eine Schale Crunchy Nut Kellogg's. N Yucaówhich. Oh, Mann. Oh, Mann. Na, mach ich auch los. Noch egal, Freunde. Nee, den habe ich nicht hingekriegt, der Oberarmen ist. Oh, oh, oh. Ich brauche das jetzt vielleicht sogar noch. Guck mir mal. Oh Gott, der Nächste ist schwer, finde ich. Oh, lol, haha, haha, was ein Wichse, okay, ja, hoffentlich merke ich mir das. Okay, alles klar, dann geht's sofort für euch weiter. Nee, hab ich nicht verstanden. Ciao, ciao, tschüss. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu... Naja, wobei, für euch geht's ja sowieso direkt weiter. Vergesst das, ich will euch nicht mitten im Video begrüßen, das ergibt keinen Sinn. Aber es hat sich was geändert seit der letzten Aufnahme. Wir haben jetzt alle Schatten von Mordor angezockt. Ja. Echt? Auch Hadi? Ja, Hadi hat gerade schon gesagt, er feiert das Spiel ziemlich, ja, genau. Keine Ahnung, wie viele Stunden schon da reingesteckt. Im Ernst? Du hast es erst gestern bekommen, so viele Stunden kann es nicht sein. Ich hab bestimmt schon vier, fünf, sechs Stunden gespielt. Wow, okay, krass. Ram hat Probleme mit den, mit den, äh, Vierfüßern. Hast du da Tipps? Mit den Gagas, oder wie heißen die? Äh, mit diesen Hunden, die man auch reiten kann. Ja, 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 diese... Aber die zu besiegen ist für mich irgendwie, also ein, klar, MP. Aber wenn da drei kommen, bin ich hart gefickt. Pfeile, zwei Pfeile in Kopf und dann Fies down. Ja, das hab ich auch gesagt, aber du hast ja nicht sechs Pfeile. Genau. Ich hab keinen, keinen Fokus für sechs. Oder zehn oder so. What the fuck? Ja, ich hab da dann alles schon aufgewertet. Ich hab auch ewig langen Fokus schon. Das hält schon sekundenlang. Und mittlerweile, da kannst du dann zwei Viecher auf einmal irgendwie wegpusten. Ja, das hilft mir aber jetzt nicht, Hadi, ja? Nee, das ist richtig. Das ist genauso, als wenn du einem Trabi-Fahrer erzählen würdest. Fahr doch mal schneller. Ja, deswegen sag ich ja, zwei Pfeile in den Kopf und dann brauchst du dich nicht mit dem Vieh anlegen. Ja, aber der hat drei gleichzeitig dir den angreifen. Ja, das ist natürlich schlecht. Deswegen sag ich ja, du gibst dem Trabi-Fahrer auch, weißt du, den Rad fahr doch mal schneller. Das funktioniert nicht. Ich kann nicht, ich kann das noch nicht. Alter, was ist denn das für eine Scheiße? Ich verstehe auch nicht, wie man da reinkommen soll. Warum hat er das schon mal geschafft? Ja, aber noch nicht. Wie weit seid ihr überhaupt? Was habt ihr storymäßig schon erlebt? Storymäßig hab ich erst zwei, äh, zwei Hauptmänner, äh, also zwei von den Lower-Hauptmännern da gekillt. Habt ihr schon irgendwelche interessanten Nebenfiguren getroffen? Na gut, eine findet man ja relativ am Anfang, ne? noch nicht.